Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Party. Ich habe ja gesagt, eigentlich wollte ich Bendy and the Ink Machine machen, aber ich habe mir überlegt, dass es mit der Störung zu schwer ist, werde ich es nicht machen. Deswegen werde ich jetzt Five Nights at Freddy's die erste Nacht spielen. Ich meine, Five Nights at Freddy's 3 die erste Nacht spielen. Also, los geht's. Aber den brauche ich nicht, ich weiß ja schon, was ich tun muss. So, die erste Nacht wird nicht so großartig passieren, aber das weiß jeder selber, der das schon selbst gespielt hat. Der weiß ja selber, dass da nichts passiert. Er ist an Nacht 2 wird Springtrap aktiv. Von daher, werden wir diese Nacht auf jeden Fall ganz easy schaffen. Also ich. Aber ihr auch, ihr guckt dir zu. So, wir haben es jetzt 2 a.m. Und immer noch kein Springtrap. Auch in den Fansystem ist nix. Immer diese Baby, Baby Stimme. Stimme. Das nervt immer, wenn dieses Baby Lachen kommt. Aber das ist nur mal die Audio. Dann kann man nix machen. So, wir haben es jetzt 2 a.m. Ja, hi. Auch wenn du nicht in echt da bist. Ja, das haben wir gleich geschafft. Und 6 a.m. Aber gleich kommt ja noch ein Minispiel. Das werdet ihr gleich sehen. Mangold's Quest. So, liebe Leute. Das war die 1. Nacht. Die 2. Nacht kommt morgen. Also bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.